Wo bist du hingegangen? Ich war mit Freunden in Italien. Wie lange bist du geblieben? Ich war eine Woche auf einem Campingplatz am Meer. Welche Aktivitäten gefallen Ihnen am besten? Wenn die Sonne aufgeht, im Meer schwimmen. Wie war das Essen? Das Essen war manchmal etwas kalt und geschmacklos. Wie waren die Leute? Die Leute waren höflich und hilfsbereit. Gab es etwas, das ihnen nicht gefallen hat? Ja, der Spielplatz am Campingplatz, denn das war nur eine Sandkiste. War das ihre beste Reise? Nein, war es nicht. Würden Sie wieder nach Italien gehen? Würden Sie wieder nach Italien gehen? Ja, aber an einer anderen Stelle. Ja, aber an einer anderen Stelle. Oh, hallo Herr Pfeffer. Gut, dass ich Sie treffe. Hallo, Herr Busch. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Mit dem Schloss meiner Wohnungstür stimmt etwas nicht. Es klemmt ständig und ich brauche manchmal 5 Minuten, bis ich in meine Wohnung reinkomme. Seit wann ist es denn so? Seit wann ist es denn so? Seit etwa einer Woche. Wieso? Das Problem haben momentan mehrere Mieter hier im Wohngebiet. Wir vermuten, dass da jemand absichtlich die Schlösser manipuliert hat. Was? Meinen Sie etwa, dass jemand versucht hat, bei mir einzubrechen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Entweder das oder einfach um Sie zu ärgern. Es betrifft nur einige wenige Mieter im gesamten Wohnblock. Und was mache ich nun? Ich komme morgen zu Ihnen und baue erst einmal ein neues Schloss ein. Na, dann hoffen wir mal, dass es damit gut ist. Wenn das wieder passieren sollte, dann sagen Sie mir sofort Bescheid. Sollte es wieder passieren, dann werde ich mit der Hausverwaltung sprechen und in den Treppenhäusern Kameras installieren. Dann wissen wir, wer das macht. Wenn das wieder passieren sollte, dann sagen Sie mir sofort Bescheid. Die Polizei wurde über die Vorfälle informiert. Sollte es wieder passieren, dann werde ich mit der Hausverwaltung sprechen und in den Treppenhäusern Kameras installieren. Dann wissen wir, wer das macht. Alles klar, Herr Pfeffer. Wie ich sehe, haben Sie alles im Griff. Vielen Dank schon mal und bis morgen. Alles klar, Herr Pfeffer. Wie ich sehe, haben Sie alles im Griff. Vielen Dank schon mal und bis morgen. Bis morgen, Herr Busch. Bis morgen, Herr Busch. Hallo Mario. Wie geht es dir? Hallo Mario. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, danke. Ich hatte eine gute Idee. Hast du Lust, mir zu helfen? Was hast du geplant? Was hast du geplant? Unsere Nachbarin Sabrina zieht am Wochenende um. Unsere Nachbarin Sabrina zieht am Wochenende um. Wir könnten ihr helfen, damit sie die Sachen leichter in den LKW trägt. Wir könnten ihr helfen, damit sie die Sachen leichter in den LKW trägt. Das ist eine gute Idee, warum denn nicht? Das ist eine gute Idee, warum denn nicht? Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Ich arbeite am Samstag bis 12 Uhr. Ich arbeite am Samstag bis 12 Uhr. Wir können uns nach halb eins treffen und Sabrina helfen. Passt das? Wir können nach halb eins uns treffen und Sabrina helfen. Passt das? Nein, mir passt es nicht. Ich kann erst um 13 Uhr kommen. Okay, ich komme eine halbe Stunde früher und du kannst später kommen. Super! Ich kann auch etwas zum Essen kaufen. Super! Ich kann auch etwas zum Essen kaufen. Weil alle werden Hunger haben. Weil alle werden Hunger haben. Was meinst du? Was meinst du? Das ist dir gut eingefallen. Das ist dir gut eingefallen. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Was kann ich noch tun? Du kannst auch deine Schwester mitbringen. Du kannst auch deine Schwester mitbringen. Dann machen wir die Arbeit schneller. Dann machen wir die Arbeit schneller. Ja, richtig. Sie ist am Wochenende frei. Ja, richtig. Sie ist am Wochenende frei. Super! Bis dann! Super! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Ach! Mario, wenn du noch etwas brauchst, melde dich! Okay! Danke! Mache ich! Tschüss! 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 Tumpt! Tschüss! Tumpt!